Du bist ein Pornostar, wie heißt du und was machst du? Jesse Harris ist mein Pornname, sein Name ist Alistair Albu-Musik und ich traine in Amerika Pornfilter und habe den nationalen Album aus dem Graz. Albummusik? Ja, also mein Album ist das hier. Das hast du bei Kollegen, 20 Stunden nach 50 Stunden weltweit. Das Album heißt Alistair Albu-Chemes. Ab vor einem Jahr bin ich fix hier ein Song ausgedacht, ein Klocker-Song von Sweet Dreams. Ihn kann man in einem Weg mit Spielen spielen. Und ich werde heute Abend auch performen. Ich mische meine Pornokarriere mit der Musik. Ich perform meistens für Gender, sehr für Gender. Wie groß? Wie groß? Wie groß? Mein Schwanz? Ja. Ja. Mhm. Achterzimmer. Zentimeter. Nein, da kann man sich auch fragen, scheiße YouTube. Ich sehe ja später viel studisch. Ja. Wie soll ich was sagen, Leute? Ähm. Ich weiß nicht, was ich sagen. Kommt seine Songs. Kommt meine Songs, meine Ferne. Spielt seine Filme nach, das mache ich jetzt auch. Oh, Porn!